mit rambatshammer durch die gamer welt hallo und herzlich willkommen ich bin's wieder euer tom thompson und wir spielen wie versprochen alle anderen kapitel noch von life is strange ich habe mir die kapitel runtergeladen das letzte kapitel ist gerade noch am runterladen und wir machen da weiter wo wir aufgehört haben also sprich am ende von kapitel oder episode 1 und fangen an mit episode 2 ich bin gespannt wie das ganze hier weitergeht in die previous episode das geht weg von mir psychos oh so little pieces what the fuck but he could be talking about for talk or have you done something wrong talk to me hey victoria what do you want max i see everything here at blackwell do you understand what i'm saying no and leave me alone for reals warren this is between you and me don't insult me max go on hey leave him alone max chloe it makes perfect sense i'd see you today welcome home max that's rachel amber her missing person posters are all over black about six months ago she just left arcadia without a word without me something happened to her wait is that grass tell me the truth that's in order i didn't black out i had another vision the town is going to get wiped out by tornado max tell me everything ich musste an der stelle erstmal kurz den fernsehleiser drehen weil mir eingefallen ist ihr habt sonst eine doppel beschallung aber ich glaube es war noch leise genug ich weiß es nicht kann sein dass man am anfang jetzt so ein bisschen so doppel beschallung wird habe ich vergessen ich 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 es ich 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 jetzt nicht wie diese bezeichnung von so einen wörtern heißt aber es ist vorwärts wie rückwärts gelesen don't not episode 2 out of time life is strange ja ich warte eigentlich dass irgendwas kommt ja die musik ist zum glück aus es tut mir auch furchtbar leid dass ich keine musik spielen kann aber kommen wieder youtube und kommt jetzt noch was ja das tut mir leid heute sonst kommt wieder youtube und schreibt mir eine mail oder beziehungsweise die herausgeber der musik und dann wird das video wieder gesperrt und darauf habe ich keine lust aber wir fangen jetzt mal direkt an so geht schon los ok sie geht duschen oder sie möchte duschen gehen so spiegel benutzen können whoa hello zombie face this is what happens when you research quantum physics all night the max caulfield photo memorial wall i am so not a rebel i always like my bad to be neat and tidy thanks mom ja hier das gewohnte tagebuch so hier das sind die ganzen leute die mir in der ersten episode kennengelernt haben die chloe also unsere freundin rachel amber das ist die vermisste person der director warren der auf die schnauze gekriegt hat wegen uns der david der mir immer noch sehr ungeheuer ist da er ja ein ziemlicher freak ist finde ich die kate auch eine freundin von uns der nathan das ist der wichser der den warren verprügelt hat die victoria das ist diese abgehobene bitch die mir auch auf den sack geht der cheverson ist unser lehrer und ansonsten haben wir hier noch nicht viel die orte wo wir schon waren und sms ah guck mal wir haben direkt sms hi liebling ich hoffe du lässt deine pflanze nicht verdorsten aber ertränk sie auch nicht mama ja die pflanze haben mich schon mal gegossen und dann haben wir von chloe noch ähm 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 boah okay ähm bist du da hippie was ist mit dem verfluchten schnee was ist mit deiner kraft oder bist du in der zeit zurück und hast es herausbekommen so weit kann ich nicht zurück schlaumeier hm schade dass du nicht zurück kannst um mich vor den joint zu warnen äh alles klar ja die kifft halt ich dachte dein leben zu retten wäre wichtiger wumm max landet den vernichteten schlag vernichten denn im ernst wir müssen reden ich brauche deine hilfe oder wir fressen uns im 2 whales voll achso 2 whales voll bist eingeladen okay untergeben sind nützlich muss los chef auf zum frühstück ist mad max da wie gesagt für dich immer keine emojis hm und dann schickt sie halt noch direkt noch noch eine emoji naja 40 minuten im diner werde da sein verschwede dich nicht oder ich weiß die zeit arbeitet gegen dich äh immerhin hast du zugesehen wie der stieftödel mich hochnimmt auf dem weg du bist fies 40 minuten oder sonst da ist schon haben wir noch was ich denke nicht so ja die episode wird sehr ich habe ja die vorschau schon gesehen ich weiß nicht ob das auch noch im let's play war die vorschau von der episode 2 wird das irgendwas mit dem zug auf sich haben mehr kann ich auch nicht sagen weil ich selber nicht mehr weiß ähm so handy hat man durchgeguckt wir müssen halt ähm ich will mich mehr mit den episoden befassen anhalten weil wir haben sehr viel verpasst auch Cartier-Bresson, Doineau, Hamilton, das größte Fotos ansehen, Klebezettel ansehen ähm Kamera, Selfie machen, ah guck mal wenn ich das richtig mitbekommen habe okay die ja Sieht es ganz schön aus, ey. Mal ein bisschen aufräumen hier, oder was? Keine Ahnung. So, Gitarre spielen können wir auch. Wir können hier drinnen rumschnüffeln. Kulturbeutel nehmen. Achso, ja. Genau. Hoffentlich sieht man auch was beim Duschen. Okay, ähm, das war's anscheinend hier, von dem Zoo. Wer verlassen. Okay, ich weiß nicht, dass ich diese Bücher schon heute Abend brauch, wie jetzt. Danke, Sherry. Ja, natürlich, Victoria. Ich werde die Tests und die Bücher zu Ihnen heute Morgen. Ich bin so auf, ich schaufe es zu Ende. Okay, ich werde dich nicht schütteln. Okay, ich werde dich nicht schütteln. Okay, ich werde dich nicht schütteln. Ich bekomme ja irgendein... Irgendein Trophäe fürs Nerven oder so, ich weiß es nicht. Keine Brücke hier. Ich habe gesehen, wir konnten, ähm... Moment mal. In irgendein... What's going on hier? Ich werde dich nicht schütteln. Ich werde dich nicht schütteln. Okay, ich werde dich schütteln. Ich werde dich nicht auch mal haben. Echt! Alyssa, kannst du da stehen? Okay, Max, wenn das dich glücklich macht. Wow, das war nah. Danke, Max. Why, hello again, Alyssa. Okay, Max, that's twice you've saved me from a projectile weapon. Are you my guardian angel? Hardly, I just have a sixth sense for trouble. I'm glad to help you out. Blackwell has a surplus of assholes. Oh, by the way, Warren said you borrowed his epic film Flash Drive. I didn't know you were a sci-fi geek like us. What's your favorite? Ja, zurück in die Zukunft. Can you imagine going back in time to Blackwell in the 1980s? We'd suffocate from all the hairspray. You and Warren do know your sci-fi. Be careful, you might make Brooke jealous. I'll just pretend I have no idea what you mean. So, da haben wir schon unsere erste Amtshandlung. Wir haben die alte, wie heißt die, Alyssa? Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ja. Haben wir, ähm, davor bewahrt, dieses, äh, Klopapier vor den Kopf zu bekommen. Nice atmospheric shot. Needs dusting. Yep. Yep. We shouldn't be watching this. Everybody's seen it by now. Mm-hmm. Turn the goddamn music down. People look sleepy. Hmm. An die Babypille. Ja, wir konnten irgendwie auch... Einen... Das interessiert mich jetzt. Wird das? Nee, die bewegt sich leider nicht, wenn wir uns rausstellen. Ähm. Wir könnten auch irgendwie so einen Schwangerschaftstest zum Beispiel noch finden. Wake up, Max. Juliette is next to me in the hall. Not her room. Ach so. Hahaha. Das ist klar. Ich verstehe. Wir könnten jetzt mit allen quatschen. Mach mal auch mal. Was ist passiert, Dana? Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. So, siehste. Jetzt haben wir nämlich die Einladung. Also, das hätten wir jetzt ja nicht bekommen, wenn wir nicht mit der Alten geredet hätten. Äh, warum? Really. Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Are you sure? I thought you'd be pissed. Not at you. Part of me was almost disappointed because I built up so much rage. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Did you see the freak snowfall yesterday? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Um, since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? No, not at all. He's my friend, not my mother. True. And Warren really loves to talk meteorology with me, since I'm one of the few who can talk back. Talk to you later, Max. Okay. Taylor is no doubt being led around by Victoria, as usual. Go away. People are leaving. Clearly not a morning person. Mm, yep. So. Hätten wir hier eigentlich alles abgeklabbert. Gehen wir mal. Äh, duschen. Hallo. Ich möchte duschen gehen. Ach, hier. Rachel is a whore. Rachel ist eine whore. Und es geht ja immer um die Rachel, ne? Trust no one. Vertraue niemandem. Mehr hier. Hold to another universe. Das hat hundertprozentig Chloe hier dran gemalt. Weil, ich hab bei ihr im Zimmer, hab ich genau dasselbe, äh, gesehen. Ich bin gut, Flo. Danke. Ja, sie lässt sich lieber laufen. Das kennen wir auch schon. Dusche. Out of order. Also, sprich, funktioniert nicht. Okay, dann sprechen wir mal mit Kate. Hey, Kate. Wie geht's? Ich bin hier. Danke, dass ich mich gestern stand. Ich brauchte das. Ich bin hier. Also, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. zurück zu meinem Raum dieses Morgen. Ich muss nur noch ein paar Noten für die Klasse nehmen. Absolut. Ich bringe sie später. 10.2 Teil von Final Fantasy. Bin ich der Meinung. Kommt mir so vor. Also es ist ziemlich gleich die Stimme. Was ist das, Kate? School. Das ist es. Das Video von dir Clubbing war nicht so wie ein Haus. Viktoria, das war nicht ich. Oh mein Gott, genau. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. We're going to be sorry someday. Oh boohoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way... Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. So eine blöde Fotze. Mal ohne Scheiß. und dann gehen sie und ich will die Kate's Buch zurückgeben. Äh, wir hätten sie mal ohne Scheiß wir hätten sie richtig demütigen sollen wo wir sie eigentlich getröstet haben weil das kann nicht sein dass es so eine kleine Fotze ist. Weißt du? Und dann lästert sie wieder hinter unserem Rücken. Ey, das geht gar nicht, Junge. Even if I can stop one person from watching it it's worth it. Ja, wir benutzen das mal hier. Hello, water? Sorry, I forgot. Achso, hier ist jemand duschen. Dann mach ich gleich nochmal. Scheiße, geht nicht. Oops, I forgot about the water pressure. So, okay. Ähm, wir müssen das Buch holen. Unser Zimmer war hier, ne? Genau. Look at me, I am Max Selfie. Ach, so ne blöde Fotze, ey. Ja, das ist gut. Two can play at this game, Moriarty. They might not believe it, but they won't be sure. So, warte mal. Vielleicht kann ich ja sogar bei ihr dann. Ich weiß ja nicht welche das jetzt war. Aber vielleicht kann ich hier was Ändern. Ja, sie war es nicht. Sie war es auch nicht. Ich glaube, es geht gar nicht. Schade. Lauf mal ein bisschen schneller. Bewege deinen Arsch. Alter, was soll die Scheiße mal. Ohne Kack. Alter, was ist denn mit dem Typen los, ey? kranker Kunde. Und nichts hier. Ich habe sie spielte, was solltet ihr. Ich muss das schnell verabschiedet werden. Kate braucht das Buch, und ich will nicht auf ihre Liste Probleme geben. Gehen Sie, fröhlich und fröhlich. Aha, du schrecklich Buch. Du bist mir. So, das Buch haben wir. So, wie sehen wir heute aus? Wir sind jetzt all die Zeit in der Welt. Kate? Wer ist denn das hier? Brooke? Victoria? Kate? Kate? Du bist da? Ja, ich bin da. Komm in, Mann. Sie hat eine Violine. Ich hatte keine Wahl. David Madsen ist ein Mann. Du hast die Wahl, nicht zu kommen. Niemand hier scheint zu interessieren. Kate? Ich bin tatsächlich interessiert. Also, was ist die Geschichte mit dir und David? Na klar, er ist ein total Paranoid. Er denkt, ich bin Teil der Vortex Club. Ja, genau. Was für dieses Video? Und ich versuche, ich habe es nicht gesehen. Ich kann es nicht gesehen, Max. Ich kann es nicht. Danke, Max. Du weißt, wie humiliating das für mich ist? Ich weiß, es tut mir leid, Kate. Aber erzählen mir über das Video und vielleicht kann ich helfen. Also, ich bin ein Vortex Club party. Und ich habe einen Vortex Club party. Und ich habe einen Vortex Club party. Und ich habe keine Erinnerung. Und ich habe keine Erinnerung davon. Es ist nicht so, wie du. Ich kann nicht sehen, dass du mit Victoria partierst. Ich habe nicht. Du musst mir sagen, mehr als das. Was passiert bei der Party? Du trinkst? Ich versuche zu Gott, ich habe einen Sip von Wein rügel. Und dann habe ich Wasser. Es ist nicht genug, um zu verletzieren, ist es? Ich werde nicht verletzieren. Ever. Ich nehme eine Sip in der Kirche und nicht auf eine Viral-Video. Okay? Wer hat jemand dich verletzt? Ich erinnere mich. 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 Ich erinnere mich dazu. Ich werde mich auf den Krankenhaus lernen. Nathan Prescott? Oh, leal. Er war sehr gut für ein Verändergerät, als er auszudrät mich. Er ist der andere aus善 Doesn?! Was ist weiter? Ich erinnere mich,思 ich es nach lange Zeit geht. Ich wurde in eine Wohnung. Ich dachte, es sei ein Krankenhaus. Es war so bäuerig und bäuerig. Ich gehe auf. Ich habe zu hören. Das ist schon krass, die Story, was sie uns gerade erzählt mit dem Nathan. Der Nathan ist ein ganz schöner Psycho, Alter. Ich habe keine Marken oder Brüßes, aber ich fühlte mich gross. Also, wer hat das Video von dir gemacht? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich Victoria. Sie war da, als sie sie gemein sind. Jesus, Kate. Ich bin sorry. Das ist echt krass. Wie soll ich ein Video viral gemacht werden? Ich weiß, dass es bereits spüren. Was, wenn meine Kirche sieht das? Ich muss wissen, was ich tun. Kate, wir werden es tun. Ich werde es später schauen. Okay? Danke, Max. Du kannst mein Buch hier, nahe mein Bagel. Und dann nur Unterlassungsklagen schreiben und Pipapo halt. Und die gewissen Webseiten halt dazu verpflichten, dass sie die Videos rausnehmen. Aber trotzdem hat es sich ja schon dementsprechend weit genug verbreitet. Also daher... naja. Also Max, kann ich dir eine Frage stellen? Und bitte ehrlich sein. Absolut, Kate. Alles. Ich muss wissen, ob Nathan Prescott mich helpt oder mich nach der Party verholt hat. Könnte ich die Polizei gehen? Oh, das ist wieder so eine übelste... Ne, mach das mal nicht, Alter. Da gibt's wieder übel Stress, weißt du. Wir suchen erstmal nachbeweisen. Wenn du das machst, sie dir nicht glauben. Du bist auf Video auf alle diese Leute, und sie haben das gegen dich benutzt. Schade. Aber ich weiß, dass ich trage. Das ist was du musst, nicht sie. Ich erzähle dir, wie die Polizei in der Schule sehen wird. Das Video ist nicht genau zu dir. Du fühlst mich so glücklich. Nein, nein, Kate. Ich möchte dich nicht mehr verholt werden. Das ist unmöglich. Also, das ist deine Antwort? Ich denke, wir sollten warten. Es gibt andere Dinge, die dir helfen können. Aber nicht gerade jetzt. Also, ich kann durch die Halle gehen, mit der Leute, die mich ein viraler. Danke, Max. Oh, hey. Ohne Scheiß. Sie liebte nicht, was ich gesagt hatte. Aber wir brauchen mehr Beweise, was passiert. Wenn ich ihr aber sage, dass sie zu den Bullen geht, und der Typ das wieder erfährt, dann artet das auch wieder aus. Und nicht, dass der Typ ihr dann auch wieder Schaden zufügt, das... Ach, ich habe keine Ahnung, Alter. Das ist... Das ist so übelst mies. So richtig mies. Also, Respekt. Guck mal. Foto machen. So. 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 Stefan. So. Oh, das sagt. So. be safe from eternal hellfire ja im Endeffekt geht es in dem Brief um das Video und das, ich weiß nicht, von wem das geschrieben ist ach so, Tante Marsh, Auntie Marsh und sie wird in der Kirche dafür beten, dass sie nicht im endlosen Höllenfeuer landet, deswegen und ach, Alter, wie krass ähm was haben wir hier ansehen ja, die sind echt sehr sehr krass gläubig Kate spielte die Violin jeden Morgen sie stoppt letzte Woche ach, sie kann sich nicht mal am Spiegel ansehen das interpretiere ich jetzt mal daraus, ich bin so voll der Psychologe und so ja, kann sie nicht ja, kann sie nicht ist einfach so es gibt auch Menschen, die haben gar keine Spiegel zum Beispiel äh, die Blutgräfin Bathory als Geist äh, äh ähm, wie heißt es Stay alive die konnte gar keine Spiegel leiten oh, jetzt weich ich grad ab Kate's Art ist perfekt für ein Kinderbuch oh, okay Alter, ich hab meine Folge überzogen, Leute es sind schon sechs Minuten, sieben Minuten drüber ähm alles klar, wir sehen uns dann in der nächsten Folge an dieser Stelle wieder äh, bis dann, ciao ciao